Ich bin bei Sonne losgefahren, Schneegestürme jetzt, aber auch nochmal die Erinnerung, wie heilsam und wie wichtig es ist, wirklich um das Neue jetzt aufzunehmen, um sich zu verbinden, um ja für loslassen, für, ich sag mal, auf allen Ebenen Gesundheit. Vergesst nicht, wie schön und wie wichtig es ist, in die Natur zu gehen, auch die, die jetzt vielleicht gerade im Winter stecken oder, ja, wer im Downtown in irgendeiner Stadt ist, da gibt es schöne Parks. Es ist wirklich nicht vernachlässig, wann immer ihr die Zeit findet und egal wie eingespannt, wie versklavt man hier auch noch so tatsächlich, den Freiraum findet man und eine kurze Zeitspanne ist besser als nicht.